Willkommen zu unserem Podcast Das zuverlässige Wort. Ich heiße Anselm von der Faithful World Baptistengemeinde. Als Baptisten glauben wir, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass Gott sein Wort bis heute zu 100% bewahrt hat, dass wir daher die Wahrheit in unseren Händen halten können. Wir wollen in diesem Podcast biblische Lehren einfach verständlich in kurzen Episoden erläutern, Irrlehren anhand der Bibel aufzeigen und aktuelle Ereignisse im Licht der Bibel bewerten. Außerdem werden wir zusammen mit Pastor Anderson in längeren Episoden einzelne Kapitel der Bibel Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Wenn wir an eine typische Weihnachtskrippe denken, dann denken wir meistens an einen Stall mit der Krippe, in der das Jesuskind liegt. Josef und Maria stehen dabei, Ochse und Esel, die Hirten, die Weisen aus dem Morgenland, alle zur selben Zeit, am selben Ort. Und wir sind sehr gewöhnt an diese Darstellung, sodass wir voreingenommen an den Bibeltext herangehen. Und zu einem gewissen Grad ist das normal. Ich meine, jeder von uns ist natürlich voreingenommen von Traditionen, von Darstellungen, die wir einfach von Kindheit an kennen. Das ist normal, aber wir müssen uns natürlich durch die Bibel korrigieren lassen. Wir sollten nicht das glauben, was wir aus irgendeiner Darstellung aus der katholischen Kirche kennen, sondern wir sollten das glauben, was die Bibel sagt, logischerweise. Und auch wenn es jetzt nicht die richtige Jahreszeit ist für das Thema, möchte ich auf dieses Thema eingehen und dir zwei Irrtümer zeigen aus der Darstellung der Weihnachtskrippe, was darin nicht biblisch ist. Und es ist aber völlig egal, was es für eine Jahreszeit ist, denn die Bibel ist für das ganze Jahr da. Ich will mich nicht nur zu Weihnachten mit der Geburt Jesu Christi beschäftigen, sondern wir sollten uns das ganze Jahr über mit der ganzen Bibel beschäftigen. Die Bibel ist nicht gebunden an bestimmte Feste. Überraschung. Aber der größte Irrtum an der Weihnachtskrippe ist die Krippe selbst. Denn die Bibel sagt in 2. Mose Kapitel 20 in den 10 Geboten, das ist das zweite Gebot, in Vers 4, du sollst dir kein Bildnis, noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Ist es richtig, ein Bild zu machen oder eine Figur zu machen, eine Statue zu machen von Jesus, von Gott selbst? Die Bibel verbietet uns das eindeutig, uns irgendein Bild zu machen, noch irgendein Gleichnis. Wir sollen das nicht machen. Was macht die katholische Kirche? Lass uns ein Bild von Jesus machen. Lass uns ein Kruzifix machen. Lass uns eine buchstäbliche Darstellung, eine buchstäbliche Figur von Jesus machen, von Gott selbst. Das ist sowas von falsch. Deswegen werden die 10 Gebote übrigens verändert von der katholischen Kirche. Wusstest du das? Weil katholische Kirchen voll sind von Götzen, von Darstellungen, die die Bibel uns verbietet. Katholische Kirche ist gleich Götzentempel. Das ist, was die katholische Kirche ist. Jede einzelne Kirche, der katholischen Kirche, ist ein einziger Götzentempel voll von Götzen, voll von Bildern, die wir uns nicht machen sollen. Also der größte Irrtum ist die Weihnachtskrippe selbst, dass Jesus dargestellt wird. Es gibt zwei typische Elemente in der Weihnachtskrippe, die ganz einfach unüblich sind, die ganz einfach falsch sind. Das erste wäre, dass Hirten und Weise zur selben Zeit da sind, dass sie zur selben Zeit an der Krippe sind. Natürlich stimmt es, dass die Hirten in Bethlehem waren. Und das heißt in Lukas Kapitel 2 in Vers 4, Wir wissen natürlich, dass Jesus in Bethlehem geboren ist. Das ist nichts Neues für dich. In Vers 8 heißt es dann, Jesus ist geboren. Also das stimmt, die Hirten waren in Bethlehem an der Krippe. Was aber nicht stimmt, dass die Waisen aus dem Morgenland zur selben Zeit gekommen sind. Denn es heißt in Matthäus Kapitel 2 in Vers 7, Da rief Herodes die Waisen heimlich zu sich und erkundigte sich bei ihnen genau nach der Zeit, wann der Stern erschienen war. Also die Waisen aus dem Morgenland, die sind nach Jerusalem gekommen. Sie haben den Stern im Morgenland gesehen, sind ihm gefolgt, sind nach Jerusalem gekommen und haben gefragt, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Und Herodes ruft die Waisen heimlich zu sich und will von ihnen wissen, wann ihnen der Stern erschienen ist. Und wir finden hier noch nicht die Antwort, aber in Vers 16 finden wir die Antwort, wo es heißt, Als sich nun Herodes von den Waisen betrogen sah, wurde er sehr zornig, sandte hin und ließ alle Knaben töten, die in Bethlehem und in seinem ganzen Gebiet waren, von zwei Jahren unterunter, nach der Zeit, die er von den Waisen genau erforscht hatte. Also hier sehen wir den Kindermord in Bethlehem. Herodes hat befohlen, dass alle Jungen von zwei Jahren unterunter, maximal zwei Jahre und alle Jüngeren, dass alle Jungen in Bethlehem und in seinem ganzen Gebiet umgebracht werden sollten, weil er Jesus umbringen wollte. Und Herodes, dieser Tyrann, wollte sicherstellen, dass Jesus definitiv umgebracht wird. Und was sagt die Bibel hier? Von zwei Jahren unterunter, also alle Jungen von zwei Jahren unterunter sollen umgebracht werden, nach der Zeit, die er von den Waisen genau erforscht hatte. Also hier haben wir die Antwort, wann der Stern den Waisen im Morgenland erschienen ist. Vor zwei Jahren. Gott hat ihnen dadurch angekündigt, Jesus Christus ist geboren, der Messias ist geboren, sie haben den Stern gesehen, sind dem Stern gefolgt. Wann sind sie in Jerusalem angekommen? Nach zwei Jahren. Es hat zwei Jahre gedauert. Wie alt war also Jesus zu dem Zeitpunkt? Jesus war circa maximal zwei Jahre alt. Deswegen hat eben Herodes befohlen, dass alle Jungen von zwei Jahren und darunter umgebracht werden sollten. Es hat zwei Jahre gedauert, für die Waisen aus dem Morgenland nach Jerusalem zu kommen. Vor zwei Jahren ist ihnen der Stern erschienen. Das ist die Zeit, die er von den Waisen genau erforscht hatte. Und nach dieser Zeit hat er alle Jungen umbringen lassen. Das heißt, von zwei Jahren und darunter. Maximal zwei Jahre alt. Also wir sehen aus der Bibel, dass die Hirten und die Waisen aus dem Morgenland nicht zur selben Zeit erschienen sind. Die Hirten sind erschienen wann? Als Jesus geboren wurde. Die Waisen haben natürlich einige Zeit gebraucht. Sie sind erst zwei Jahre später gekommen. Der zweite Irrtum ist, dass die Waisen aus dem Morgenland überhaupt nach Bethlehem gegangen sind. Die Bibel sagt in Lukas Kapitel 2, Vers 21 Also wir sehen hier, nach acht Tagen sollte Jesus beschnitten werden. Was ist geschehen, kurz nach seiner Geburt, dass Josef und Maria mit Jesus nach Jerusalem gegangen sind, in den Tempel. Und wir lesen dann in Lukas Kapitel 2, in Vers 39, da heißt es, Und nachdem sie alles vollbracht hatten, nach dem Gesetz des Herrn, kehrten sie zurück nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth. Sind sie nach Bethlehem zurückgekehrt? Nein, sie sind nach Galiläa zurückgekehrt. Also was sehen wir hier? Jesus ist geboren und bisher haben wir im Lukas Evangelium nur die Hirten gesehen. Keine Waisen aus dem Morgenland. Nur die Hirten. Und sehr kurz nach seiner Geburt, acht Tage nach dem Gesetz, wurde Jesus beschnitten. Und Josef und Maria sind mit ihm nach Jerusalem gegangen. Und wohin sind sie zurückgekehrt? Sie sind nicht nach Bethlehem zurückgekehrt, sie sind in ihre Stadt Nazareth zurückgekehrt. Also zu diesem Zeitpunkt war Jesus wo? Er war nicht mehr in Bethlehem, er war in Nazareth. Das ist der eindeutige Hinweis, den wir hier finden, wo Jesus war. Nicht mehr in Bethlehem, sondern in Nazareth, eindeutig. Und wir lesen dann in Matthäus Kapitel 2, Vers 9, Als die Waisen nämlich gekommen sind, da heißt es, Und als sie den König gehört hatten, also die Waisen haben den Befehl des Königs gehört, dass sie nach Bethlehem gehen sollten, dann heißt es, Und als sie den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er ankam und über dem Ort stillstand, wo das Kind war. Als sie nun den Stern sahen, wurden sie sehr hoch erfreut, und sie gingen in das Haus und fanden das Kind samt Maria, seiner Mutter. Da fielen sie nieder und beteten es an, und sie öffneten ihre Schatzkästchen und brachten ihnen Gaben, Gold, Weihrauch und Mirre. Also Herodes hat zwar den Waisen befohlen, nach Bethlehem zu gehen, was völlig logisch war, denn Jesus ist in Bethlehem geboren. Das ist, was ihm die Schriftgelehrten gesagt haben, dass der Messias in Bethlehem geboren werden sollte. So musste es erfüllt werden, was die Propheten vorausgesagt haben. Und du, Bethlehem, im Land Judah, bist keineswegs die Geringste unter den Fürstenstädten Judas, denn aus dir soll ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Jesus musste in Bethlehem geboren werden, so wurde es von den Propheten vorausgesagt. Er ist der König, der auf dem Thron Davids sitzt. Seine Herrschaft hat kein Ende. Und wie wird Jesus aber genannt? Nicht der Bethlehemiter, sondern er wird genannt der Nazarener. Und das ist eben das, was den Juden missfallen hat, dass der Messias aus Nazareth gekommen ist, auch wenn er in Bethlehem geboren wurde. Also Herodes hat den Waisen gesagt, geht nach Bethlehem, aber achte darauf, was die Waisen getan haben. Es heißt hier nicht eindeutig, dass die Waisen Herodes gehorcht haben, sondern was haben die Waisen getan in Vers 9? Als sie den König gehört hatten, zogen sie hin, und siehe, der Stern, den sie Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er ankam und über dem Ort stillstand, wo das Kind war. Sie haben also nicht nach dem Weg nach Bethlehem gefragt, sondern sie sind einfach dem Stern gefolgt. Also lasst mich das kurz zusammenfassen. Jesus ist in Bethlehem geboren, die Hirten erscheinen. Acht Tage später wurde Jesus beschnitten nach dem Gesetz. Josef und Maria nehmen ihn mit nach Jerusalem in den Tempel. Vom Tempel in Jerusalem kehren sie zurück nach Nazareth. in ihrer Heimatstadt. Und jetzt gehen die Waisen aus dem Morgenland hin, sie wollen zu Jesus gehen, sie werden geleitet von dem Stern. Sie fragen nicht nach dem Weg nach Bethlehem, sondern sie werden geleitet von dem Stern. Und wohin hat der Stern sie geleitet? Nun, dorthin, wo Jesus war, was zu dem Zeitpunkt aber Nazareth war und nicht mehr Bethlehem. Und es heißt in Vers 11, und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind St. Maria, seine Mutter. Sie gingen in das Haus hinein. Sie gingen nicht in den Stall hinein zur Krippe, sondern in das Haus, weil Jesus eben mit Josef und Maria in Nazareth war. Dort wurde er großgezogen. Wir sehen hier auch, dass sie das Kind St. Maria, seine Mutter, fanden. Also Josef wird hier gar nicht erwähnt. Nun, das macht Sinn, denn sie waren in Nazareth, in der Stadt, in der Josef gelebt hat. Und Josef ist einfach seinem weltlichen Beruf nachgegangen. Davon würde ich ausgehen. Das würde zusammenpassen. Und Josef war einfach nicht zu Hause, logischerweise, sondern Maria war eben mit Jesus zu Hause. Also die Weisen aus dem Morgenland sind unmöglich nach Bethlehem gegangen. Jesus war nicht mehr in Bethlehem. Er war in Nazareth. Das sind die zwei Irrtümer, die wir sehen in der Darstellung der Weihnachtskrippe, wie wir sie kennen, dass die Hirten und die Weisen aus dem Morgenland zur selben Zeit da waren. Das stimmt nicht. Die Weisen sind eindeutig circa zwei Jahre später gekommen. Die exakte Zeit wissen wir natürlich nicht, aber circa zwei Jahre später. Und die Weisen sind definitiv nicht nach Bethlehem gegangen, denn wir wissen schon aus Lukas Kapitel 2, Vers 39, dass sie nach Nazareth zurückgekehrt sind, Josef und Maria mit Jesus. Und wohin hat der Stern sie dementsprechend geführt? Logischerweise nach Nazareth. Wir sehen eben auch, dass hier von einem Haus die Rede ist, nicht mehr von einem Stall oder von einer Krippe, sondern von einem Haus. Sie haben in Nazareth gewohnt. Und wir lesen dann auch in Lukas Kapitel 4, Vers 16, nur um das zu unterstützen. In Lukas Kapitel 4, Vers 16 heißt es dann, Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbatag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Es ist nicht realistisch zu denken, dass Jesus zwei Jahre lang in einer Krippe gelegen hat. Das macht keinen Sinn. Sie sind nach Jerusalem gegangen in den Tempel, nach Nazareth zurückgekehrt, in ihrer Heimat. Und das ist der Ort, in dem Jesus erzogen worden war. Lukas Kapitel 4, Vers 16. Diese Erklärung, was ich hier gezeigt habe, hier anhand der Bibel, anhand konkreter Verse, macht Sinn. Das ist deshalb wichtig, denn wenn wir die Weihnachtsgeschichte lesen, in Lukas Kapitel 2, Matthäus Kapitel 2, dann gibt es einige Details, die auf den ersten Blick nicht so richtig zusammenpassen. Aber das liegt ganz einfach darin, dass wir voreingenommen herangehen an den Bibeltext durch so Darstellungen wie die Weihnachtskrippe. Das, was ich hier gerade gezeigt habe, ist die Lösung dafür. Jesus ist in Bethlehem geboren. Er wurde beschnitten am achten Tag. Sie sind nach Jerusalem gegangen, nach Nazareth zurückgekehrt. Zwei Jahre, circa zwei Jahre nach Jesus' Geburt, als Jesus circa zwei Jahre alt war, kommen die Weisen aus dem Morgenland nach Jerusalem. Herodes sagt ihnen, Jesus sei in Bethlehem, weil Jesus dort in Bethlehem geboren ist, was ja stimmt. Aber wir wissen eindeutig aus der Bibel, dass Jesus zu der Zeit schon in Nazareth war, schon längst in Nazareth war und die Weisen werden geführt durch den Stern nach Nazareth. Auch wenn es nicht exakt heißt, dass sie nach Nazareth geführt wurden, aber das ist es, was wir eindeutig ableiten müssen aus dem Bibeltext. Das ist, was die Bibel uns sagt, dass sie in Nazareth waren und deswegen sehen wir dann eben auch in Matthäus Kapitel 2, Vers 11, dass sie in das Haus hinein gingen. Nicht zur Krippe, sondern in das Haus. Das macht also alles Sinn, es passt alles zusammen und ich werde dir unten eine Infografik verlinken, einen Zeitstrahl, den ich vorbereitet habe, wo du sehen kannst, mit konkreten Bibelfersen, mit Ortsangaben, mit ungefähren Zeitangaben, die Kindheit Jesu von seiner Geburt bis als er zwölf Jahre alt war und im Tempel war und ich hoffe, das hilft dir weiter und es ist wichtig, sich mit solchen Details zu beschäftigen, denn hey, Jesus Christus ist unser Retter. Sollten wir nicht exakt wissen, was die Bibel sagt über seine Kindheit, über seine Geburt, sollten wir das nicht bis ins Detail wissen, wo Jesus war, wann Jesus war, ich denke, das ist wichtig. Alles in der Bibel spielt eine Rolle, wir sollten nicht diese Einstellung haben, liberaler Christen, die einfach denken, ja, ich bin kein Theologe, das ist nicht so wichtig und hey, es geht nur um den ungefähren Inhalt, dass Jesus uns liebt und die sich einfach nicht mit konkreten Lehren beschäftigen, mit den Details der Bibel. Das ist alles wichtig, was die Bibel uns sagt und es gibt immer wieder Atheisten oder auch Moslems, die mit so Behauptungen kommen, wie zum Beispiel hier, das ist ein Widerspruch in der Bibel und die verschiedenen Weihnachtsgeschichten, die passen doch gar nicht zusammen. Und hier ist das Ding, auf den ersten Blick, scheint es zum Teil widersprüchlich zu sein, hängt aber damit zusammen, dass wir voreingenommen sind durch gewisse Darstellungen und dass viele Christen ganz einfach nicht ordentlich die Bibel studieren. Aber das müssen wir machen. Wir sollten ernsthafte Christen sein, die die Bibel studieren, damit wir dann eben auch gewappnet sind gegen Vorwürfe gegen die Bibel, wo behauptet wird, dass es Widersprüche gäbe in der Bibel, aber es kann keine Widersprüche in der Bibel geben, weil die Bibel Gottes Wort ist. Das, was ich euch gezeigt habe anhand konkreter Verse, ist die Lösung dafür und dadurch gibt es keine Widersprüche mehr. Ich hoffe, diese Folge hat dir geholfen und ich werde dir, wie gesagt, diesen Zeitstrahl verlinken. Das würde dir nochmal helfen, das einfach visuell vor Augen zu haben, wo Jesus wann war. Gottes Segen, bis morgen.